Okay, let's go again, I guess. Vielleicht mit einem besseren Game jetzt. Hoffen wir es doch. Ich will irgendwas witziges spielen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ja, sorry, wollte ich gestern auch haben. Und das Game, das hier veröffentlicht wurde. Ganz wieder, sorry. I don't care. Das ist Niko witzig. Ich spiele Vel'Kos. Oh, guck mal, das war eine zukünftige Handtasche, auf die ich irgendwie Lust hätte. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich bin raus, Leute. Christian macht das Game allein. Der hat folgten Klick CC, wenn er das spielt. Folgten Klick CC. Oh, nein. Wir haben wieder einen Garen, Tristan. Garen. Ich habe, by the way, nicht mehr alle Vel'Kos-Skins. Ist ja enttäuschend. Ja, like, Vel'Kos sind irgendwie zwei, drei Skins nacheinander rausgekommen. Ja. Alle gut. Ja. Aber alle teuer. Okay, jetzt mal gucken, ob es wieder umschaltet. Like, jetzt bin ich gerade aufs Blackscreen. Ich weiß nicht, warum. Und das ist noch nicht umgeschaltet. Okay, jetzt hat es umgeschaltet, wenn ich alt tappt hab. Ah, okay. Ich weiß glaube, warum ich einen Blackscreen hab. Ich muss das mal, ich muss das nach dem Game auch umstellen. Christian, erinnere mich mal dran. Äh, ich glaube, ich hab das umgestellt in Wieg, dass mein, äh, Dings im Hintergrund zugeht. Weil es mein Client. Ich vermische ihre Dunkelheit. Dass der Wärmen-Game nicht offen ist. Ich sollte den aber wahrscheinlich offen lassen, weil sonst hab ich immer beim Übergang ins Game Blackscreen. Okay. Das ist so traurig, Alter. Was? 7% Lifestyle auf Vampiric Scepter. Das ist so, kann ich nicht bauen. Ich brauch was anderes. Nee, ich muss es, ich will es ja gehen. Das ist ja geil auf Graves. Aber, like, 7% Lifestyle. Ja. Ist schon ein bisschen schnell. Vampiric Scepter hat immer 10% Lifestyle gegeben. Wie war das, mit Hun machst du bald zu viel im Late Game? Ne, nicht ganz auf ihm. Ne, nicht ganz auf ihm. Ja, keine hohe Lifestyle-Rune mehr. Ja, ja. Ja, ja. Und die, die gelbe Legend Bloodline-Rune, die gibt so wenig Lifestyle. Ich faszinierende Evolution. Schon wieder nicht so raka. Ja, aber diesmal haben wir den Valcos Tristan. Ja, doch. Weil meine Abilities, äh, weniger Animation-Time haben und weniger darauf beruhen, dass ich noch eine andere Ability darauf wirken muss, weißt du? Also Valcos in Soraka ist way easier to play. Okay. Haha. Also, meiner Meinung nach. Hilarious. Ich hab, by the way, grad irgendwo in den Wildkrieg geschossen, aber ist okay. Fett. Oh, Van Chayoskaya. Oh, Van Chayoskaya. Oh, Van Chayoskaya. Die Kreatoren jammern bei ihrer Sitzierung. Wow, and she got killed, so she got a life back. Ja. Ja, Rhenata, Tabla, ec, Cp. Ja, whatever it is, the ability is, I dunno the ability. Ja, whatever it's ability is, I don't know the ability. Rhenata, Tabla. I don't know. I don't know. Ich weiß es auch nicht, the Rhenata. I dunno. Hab ich, hab ich, hab ich hab... Look, Karin wird schon wieder geflaked. LATCH GO! Aber muss an dem Champ liegen. Oh my god. The arm of Garin. Kann der denn dafür, dass er Garen spielt? Ich sollte ihn jetzt pingen, weil er mir grad 5 Gold geklaut hat. Von dem Pentatus. Nee, das seh ich nicht ein. Achso, er war AFK. I don't get it. Er hat so viel zu lernen. Hey, wie dir das machst du? Niemand überlebt die ersten Tests. Wauw. Nein. Wauw. Wauw. Einfach time out. Alter in the bush! Hä? Aber... Bro im Matching. Was? I don't know. I don't know what he jumps there. Aber dennoch etwas besonderes. Nein, er ist einfach reingerannt ohne irgendwie... Bei mir steht er hier jetzt einfach. Nee, Garren steht hier, aber ich meinte den Jax. Jax. Wenigstens ist Garren jetzt außer Gefahren zu uns. Ich glaube, er hat... Er hat einfach... Oder... Oder sein GameLag, wie zum Stück Scheiße. Bei mir mal... Zwischendrin auch... Ja, irgendwie so gewesen und irgendwie... Aber wieder weg und... Ich versteh's nicht. Manchmal ist es wie merkwürdig. Sagen wir es mal so. Das Monster ist klar. Es ist. Oh, wait. Das bad. Oh ja, der Renata, by the way. I lost the game against Renata, because I played Kale. Und ein Teemo. Oh ja, aber Teemo didn't kill me, because I had a heal. I just shotgunned him into the face and he died like a rat. Which he is. No, he's a yawn. He is a rat. Gublin. Gublin's there. Oh, are you just gonna die? I'm just gonna die. I'm just gonna die. Okay, never mind. Drish is just gonna die. No, Drish is still living. I'm getting pretty tanky there. Actually, when I have a couple of crit... Like, what is he doing? Why is he fighting alone? We are super low. Why we go in there? Okay, let's get a heal, Drishan. This and the other one. That's respawning in seven seconds. And we can't get it. Okay, maybe we can't get it. I told you. Okay, bro. ChillX, bro. I told you. I told you. The Legion's there. It's a defuse for YouTube. I told you. There's nothing more to this, to that channel, right? Just say, just making banlist reviews and saying, I told you. They are. Pendulum best days. No, that's not true. No, it doesn't matter. We just mix it up, Drishan. Best from all the worlds. Oh god, I'm killing you. No, it's fine. It's fine. I'm alive. Okay. I'm dead. Nice, bro. I'm dead. How was the Grits to Raka? Is it? No, it's not. But it would be funny. And it kinda works. Only kinda. Yeah. Yeah, well, I died first time. So, I guess it's fine. Ahh. Like, I got loons. I got boots. I got some other stuff. Stufe, Tristan. I got some other Stufe. Yeah, you're gonna die. I'm gonna die. You're gonna have me. I don't walk into the bushes because Timo is there. His traps are there. Yeah. And Timo also was there. Like, before. I don't know. And Timo's still there. Timo's still there. I think he's still there. No. Oh, the Pirinata. Oh, I attacked you now. I'm gonna kill you. Okay, nice. Nice. At least you have. Well, you had. Lifestyles. That's 5.000. Oh, yeah. Ich hatte auch irgendwie so knapp. Ich hab irgendwie Bock Titanic Hydra zu bauen. Mach einfach. Why it should not. It's perfectly fine. Like, not first. Like Hydra. Yeah, like Bow Hydra. That's fine. And into Titanic Hydra. Yeah, why not? Seems really funny. Even though there's like zero synergy with my other items so far. But I can go like that. Doesn't matter. I can go like that. 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 I'm already doing enough damage, I think. And we should go like a bit of attacks. Let's go. Oh, nice. Niemand überlebt die ersten Tests. Was labert Ilayo da? Jack jumps on her. Niemand überlebt die ersten Tests. Wieder viel Health. Let's go. Oh. Ryze hat Ultulane benutzt. Kappeln! Mischen wir den Mark auf! Meine Anwesenheit Quinchy. Interessant. Was nennt was genau Synergie? Vorwärm! Wie, unsere... WTF hat... Wie, unsere... ...die Dingsult war so bad... Wie, unsere... Wie, unsere Katschior hat grad so bad geultert. ...He幸ens. Was? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, yeah, that was a lot of roots, that was a lot of, yeah, CC. Ich hab irgendwie schon richtig Bock, Titanic zu gehen. Bau doch einfach, vielleicht, warum nicht? Titanic ist super bad mit meinem Bild, was ich hab, aber ich hab so Bock drauf, ich mach's einfach trotzdem. Like, it's totally fine. It's like not the best, but it's totally fine. Wo es da checks, geht immer wieder rein. Der hast du 3-11! Da passiert Tristan! Der geht rein und der stirbt einfach. Das ist genauso wie ich mit dem, in dem Corki-Gang gerade. Da kann ich auch nichts machen, dann. Oh Gott! You're dead. Ja. Sorry, that was very insane. Too much stuff going on. Der menschliche Schmerzpunkt ist unerheilig. Oh, ein bisschen Attack-Speed. Oh, irgendwas, was cool an Attack-Speed gibt's. Irgendein Attack-Speed-Item, das HP gibt. Ähm, I'm not sure. Just look for it. Ich meine irgendein Spielzeug nicht. Nein, ich glaube nicht. Doch! Doch! Ähm, die Triforce und, ähm, Triforce und Stride-Breaker. Oh. Okay. But nothing, not mythic. Mythics. Mythics. Yeah. You got mythic already, I guess. Yeah. Yo, let's switch it out for Triforce. You're so bad, funny. Nice. Überall sind Tentakel, Christian. Das ist doch dein Traum sein. I'm not into that, I understand. We do other bullshit, too. Other bullshit. ...other bullshit. We do other bullshit, too. Oh. Wenn die unterm Turret campen, könnten wir einfach nie die Positionen rein. Naja, irgendwann poke ich die Toten. Außer ich hab keinen Mana mehr. Ich brauch keinen Mana zum Wave-Learn, das ist schon mal gut. Nur zum Poken. Welch faszinierende Evolution. Die Rechnung kommt. Halt es Stand. We got no Mana. Okay. Die Rechnung haben sich durch den Klang ihrer Scheine identifizieren. A GREAT Deposition. Oh. Nur ist in der Brache. Ja. Ja. Nichts? Ja. Deineße. Halt mächt sie. Deineße. Oh mein Gott, nice, good job. Der dodge war gg. Das war mit dem schieße Schneeball. Nein, der time! Ich vermische die Dunkelheit der Leere. Ich bin weg. Christian, ich hab dich grad für deinen Snowball dodge gelohnt. Du bist aber getimed ohne zu sterben. Ja, ich weiß. Ich bin genau dann getimed, nachdem du gesagt hast. Nice dodge, bro. Ich brauch irgendwie Minions oder sowas. Gibt's das hier, question mark? Minions, question mark. Es gibt zu viel zu lernen. Bleib entschlossen! Oh mein Gott, der Reissschaden, alter. Reiss! Was, was, was du jetzt da hast? Ne, ich hab dann Pfeffer geblieben. He? Ja, ja, ja. Ja, ich hab dann ja ne, 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 ne. Ja, and dann ne, 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 ne. Das ist ja ein Heal-Item, ja? Das ist offensiv. Oh, so you see that? Okay. Also hab ich immer offensiv irgendwas gebaut, wenn ich Dings gebaut hab. That's how it works. Okay, sure. That's how it works. Ich baue eigentlich auch immer einfach offensiv. Oh mein Gott, Titanic Hydra ist so geil. Ja, I told you. Das ist nicht das ideale Bild hier, aber ich bin so geil. Don't try this at home, kids. Don't try this at home. Totally try this at home, bro. Oh, ich hab kein Mana, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. I don't know. I don't have Mana. I get caught once and I'm just dead. Well, I guess I have 7k gold. That's probably the reason why I'm using all of these exchanges here. Just red. Get mine. Yes. Spend it like that. Because you should be able to hold the base, right? Just W. W, bro. W. W. That was a bad W. I've never seen a bad W like that. Warum hat die schon wieder so random? Das Muster ist klar. Ich glaube, sie hat ihre Ult nicht verstanden. Nein. Der Garen ist gestorben und jetzt lebt sie. MZ. Ja. Der DoesIDE... Der Tyreld ist nicht da. Der Tyreld ist nicht da. Der ist mir da. Was? Dann hast du wieder einen unsichtbaren Tyreld? Hast du wieder einen sichtbaren Tyreld? Oh mein Gott, ado. nominated einen sichtbaren Tyreld der muss nicht da sein resolver. Das ist ein MASSIVE High-Drop prop. Oh no! Orinata ist so OP! Oh, I love that champ so much. No! 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 So that's game. Yeah. That's just game, right? Oh wait, Jax is back. But we can't hold it. Jax can't hold this. Jax is too... Yeah, we can't hold it. Like, the base can we hold? We can't hold it. Like, maybe... Oh no, we can't. We can't hold it. We can't hold it. We need to kill the Zoraka. Zoraka is just auto-attacking. Oh, Junge! Fucking Renata! Oh, the champ is so awesome. Aww. Sucks. You know that... The Renata wasn't a problem. The problem was that Garen and Jax were inting. Oh yeah. Well... I guess so. This has a towel. I guess I can throw inside a towel. Yes! If, my name says six sprays, It's pretty interesting. It's a place that goes through aqui...